hallo heute mal von der küste hier in dänemark mehr vorwärts steht auf dem plan und dafür schon viele so wie ich auch mit einem beifänger ganz einfache sache seitenarm oben beweglich kurz 40 zentimeter vor den köder montiert und ja ich habe dann immer wieder nach fliegen wechseln natürlich die schnur kappen müssen irgendwann war mir das auch ja zu viel immer wieder mal ein neues vorwachen neuen seiten anzumontieren und da habe ich mir einfach aus dem fliegenfischer bedarf ganz einfach diese mikrosnips besorgt die habe ich dann hier an dieses mini vorfach vorgeschaltet und kann jetzt immer ganz einfach die fliege wechseln ohne groß zu schneiden zu knoten zu müssen und ja das ist eine einfache kleine sache ein kleiner tipp vielleicht hilft dem ein oder anderen und ja ich werde jetzt wieder mal mit dieser fliege glaube ich versuchen und wird euch viel erfolg